Der Nöldi-Fahrer steht vor einem Comeback. Anderthalb Jahre lang muss der 40-jährige Schwinger aus dem Toggenburg zuschauen. Der Grund ist eine schwere Verletzung. Phil ist in dieser Zeit über seinen Rücktritt spekuliert worden. Den Zeitpunkt von seinem letzten Gang will der Schwingerkönig von 2001 aber selber bestimmen. David Lendi. Vor 18 Jahren holt der Toggenburger am eidgenössischen Schwingfest zu Nier den Königstitel und wird in seiner Heimat Stein frenetisch empfangen. Es sind Bilder wie diese, die den Nöldi-Fahrer Tag für Tag für sein Comeback motiviert. Den Moment, den du gewünschst und auch wenn das Publikum die Abend oder deinen Namen ruft, das ist einfach schon einmalig. Das macht es öchtig. Von dem habe ich ja nicht ganz, ganz genug. Jetzt kann der Nöldi vorher wieder lachen. Ganz anders seine Gemütslage, noch vor eineinhalb Jahren. Todesmal muss er wegen ständigen Schmerzen seine Hüfte operieren und darum bis heute aufs Schwingen verzichten. Ein Abschied von der Schwingbühne durch die Hintertür ist für ihn aber nie in Frage gekommen. Ich lasse mich nicht diktieren von einer Verletzung, wenn ich aufhöre. Ich will aus Freie auf Stücke hören und das ist dann, denken Sie mal höher nach dem Eidgenössischen, ist dann etwa das Ende. Und damit der Toggenburger dann im August am Eidgenössischen wieder zu den ganz Bösen gehört, heisst es, schwitzen auf dem Sattel statt in den Schwinghosen. Die Zähnsucht nach dem Segmehl ist aber riesig. Wenn man etwas vermisst, dann ist es einfach so. Und im Schwingkelder wäre eigentlich die nächste Woche nicht mehr angesagt, dass man auch im Februar, wenn es erst mal wieder ein bisschen Segmehl schmeckt und wieder mal richtig drinnen herumwälzt. Das Jahr feiert den Nöldi Vora seinen 41. Geburtstag. Ein stolzes Alter für einen Spitzensportler. Noch immer aber ist der 145-fache Kranzsieger von seinen Qualitäten im Ring überzeugt. Dass ich nicht mehr den Ton angeben kann, das ist ganz... Da macht man jetzt keine Illusionen, dass das geht nicht mehr. Aber sicher mitschwingen, ob man einen Kontra anbringen und ob man eine Überraschung... Äh, noch, dass es eine Überraschung gelingt. Da glaube ich, das bringe ich schon noch. Die Jungen noch mal ein bisschen hergegeben. Bis dort hin ist es aber noch ein langer und steiniger Weg. Die erste Belastungsprobe für die operierte Hüfte gibt es dann Ende April am Schwingfest im Thurgauischen Lenkwil.